nach einer langzeit jetzt mal wieder ein klasse 1 artikel und zwar eine kleine rarität fkw keller kalafackeln die kalafackeln die gibt es heutzutage ja auch noch los ist ein anderer namen und fast also von sehr vielen feuerwerksfirmen werden diese produziert wiko nico keller hat auch noch aktuell welche hier steht noch kinder fackel innerhalb zehn stück fkw keller gmbh bochum so wir wollen die schaft jetzt mal aufmachen wie man gleich sehen kann sehen sie alle gleich aus bei aktuellen von heute haben die alle auch das also das papier in der farbe wie auch der effekt ist ja hier sind sie alle blau weiß gestreift mit verschiedenen mustern immer ja dann denke wir werden jetzt eine von zünden gehen und was ich auch noch schön finde ist dieses schachteldesign also ich finde speziell schön ich weiß nicht ob ihr schön findet aber ich finde es top so 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 so